Videomarketing auf YouTube wird für viele Unternehmen zunehmend interessanter. Kein Wunder, denn 49% der Deutschen sind im Jahr 2021 laut des Digitalindexes auf der Plattform und zwar monatlich unterwegs. Und damit belegt YouTube Platz 2 unter den Social Media Plattformen nach WhatsApp. Und in der Generation Z ist es sogar so, dass 75% der Nutzer monatlich auf YouTube unterwegs sind. YouTube ist die größte Videoplattform der Welt und die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und da heißt es auch als Unternehmen aktiv zu werden, um wertvolle Reichweite zu erzielen, neue Kunden anzusprechen und das auch Zielgruppen genau sehr spezifisch anzusprechen. Sehr viele positive Aspekte, die hinter YouTube stehen. Doch wir alle wissen, dass im operativen Geschäft das Marketing manchmal insbesondere dann schwerfallen kann, wenn so viel ins Rollen gebracht werden muss, wie ein Videoteam, Darsteller, Konzepte und so weiter. Und deswegen ist für Marketingleiter, Geschäftsführungen oder auch die Personalabteilung sehr, sehr schwer, einen guten YouTube-Kanal in-house zu starten. Und da kommen wir als Marketingagentur mit Maha Studio spezifisch für YouTube ins Spiel. Wir liefern euch vor allen Dingen den Mehrwert, dass wir die anfänglichen Fehler umgehen können. Also wie solltet ihr einen YouTube-Kanal wertvoll starten? Wie könnte ein Konzept zum Kanalaufbau dabei spezifisch für eure Zielgruppe aussehen? Wie häufig müsst ihr veröffentlichen? All diese Fragen werden geklärt in einem Kanalkonzept. Und dabei helfen wir euch dann fullstack vom Konzept über die Produktion bis zur Veröffentlichung und darüber hinaus, nämlich in den Analytics, eure Videos immer besser zu machen und einen richtig guten Unternehmens-YouTube-Kanal aufzubauen. Wenn euch interessiert, wie das spezifisch bei euch aussehen könnte, dann nehmt gerne Kontakt auf über unsere Telefonnummer, über das Kontaktformular auf der Website oder über die E-Mail-Adresse. Ich freue mich drauf. Wir hören uns dann bei Maha Studio. Bis dahin.